Das zweite Game findet ihr auf dem Uncut-Kanal. Gott liebt euch. Wenn du bei Twitch für eine längere Zeit bist, dann kriegst du so Torten geschickt. Nee, Freddy, kriegst du nicht. Du kriegst nicht für eine längere Zeit. Nein, natürlich kriegst du eine Torte. Ich hab aber nicht 20.000 Subs. Die ist voll geil. Da kommt so jemand vorbei, der bringt dann die Torte, gratuliert dir, schüttelt dir die Hand. Voll toll, Alter, geil. Ja, die großen Fische kriegen Torten. Aber auf der anderen Seite, ich war mal... Da kommt safe niemand vorbei und schüttelt dir die Hand. Doch, doch, doch. Der steigt ja aus auf seinem Truck. Der hat so einen Eistruck. Da hast du gerade, oder? Nein, wirklich. Das ist so eine Tortenfirma. Das ist so eine 2-Meter-Torte. Und wenn er die in seinem Haus drin hat, dann knallt es. Das ist eine Tortenfirma, da tritt einer raus und dann schüttelt er dir die Hand. Und dann kommt so eine Stripperin aus der Torte raus. Kani weiß, wie das läuft. Wenigstens einer, ja. Nee, aber also, jetzt spielen wir erst mal. Erzähl ich euch nachher. Ich erzähl euch nachher die Geschichten. Also hat deine Freundin die einfach gemacht, oder was? Nein, Tolkien, lol. Verhackte, fickte Scheiße. Du kriegst wirklich Twitch-Torten. Du musst dafür einfach nur fucking Big Fish sein. Dann bekommst du eben eine... Bei Pokimane habe ich das auch schon gesehen. Und zu Weihnachten auch mal. Andauer, welchen Baden? Hey, googel ich doch einfach. Fiora, 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 Fiora. Legit googel Twitch-Torte. Es kommt sofort. Wirklich? Ja, ich habe das bei Pokimane auch schon gesehen. Auf Twitter als Teamerlein bekommen. Also nicht, dass ich solchen Content followen würde. Aber Google-Twitch-Torte. Wenn ich, dass du solchen Content in Pokimane, ja. Letztes Jahr habe ich auch schon einen gekriegt. Davor habe ich keine bekommen. Aber ich war auch mal bei so einem... Bei irgendwie der TwitchCon. War ich auch mal in San Francisco. Oder wo war die? Los Angeles? Irgendwie sowas. Und auf jeden Fall da hatte ich ein Zimmer mit jemand anderem zusammen. Und wenn du noch größer bist, so wie Kronk, dann kriegst du so eine eigene Suite, die dann so mit Goodies ausgelegt ist und so. Oh, fuck, man. Alter, die haben zu viel Geld. Und ich hatte mehr so die Bug-Bets. Was ist unser dritter Band? Hier, wenn wir noch 10 Sekunden. Was war der Band? Ja, dritter Band. Rückgeh. Verwendet mich noch die Band. Wollen wir Ereya? Ach, Erelya, 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 richtig. Entschuldigung. Okay, also ich würde sagen, Thresh, Camille oder Nordriss, Camille. Je nachdem, was du gegen Thresh spielen willst. Äh, ja. Willst Camille schon picken so früh? Ja, ich glaube, er hat nichts dagegen. Okay. Das ist ja sehr alpha von denen. Hey, die haben ja genau das gebannt, was wir gesagt haben. Ja, mega nice. Holy shit, Leute. Wir können noch games spielen. Auf jeden Fall haben wir relativ wenig AP. Ich locke Camille instead. Ja. Du pickst Thresh. Aber Braun hier ist schon krank, wer gegen Raze. Ist das Triple Flex? Raze Jungle, einmal das ist Raze Jungle. Können wir nicht schon Jungler picken? Können wir ever reden. Fun. Wir sollten Thresh secure, warum nicht? Der spielt doch auch eine Menge Thresh. Ja, true. Habt schon recht. Also ich denke, es sollten jetzt. Ansonsten schon Evelynn nehmen wollen. Aber Braun wäre halt auch nicht schlecht, wenn der nur Tank Supporter spielt. Dann, 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 dann. Ne, mach mal, Secure mal Thresh. Secure mal Thresh. Okay, ja, Brück ist der Chef. Thresh. Weil ich auch nicht, ich, ich fühle auch die Evelynn irgendwie nicht. Ist die nicht, nicht so gut in Graves? Weil die doch. Nein, Evelynn zerstört Graves. Und ist gut, Camille. Also deswegen dachte ich mir, das ist gut. Aber ihr könnt auch noch ein bisschen mehr sehen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen bei den Einstellungen. Es wird es gleich okay. Die Torte ist so brutal gut. Ey, was hat die für ein Wheeljack? Jetzt hör mal auf. Du bist so einer. Jetzt habe ich Hunger. Freddy, die richtige Frage. Ist die besser oder schlechter als die von deiner Freundin? Schlechter. Hey, hey. Das ist es aufgenommen. Ich bin in der Aufnahme. Jetzt habe ich die Braum genommen. Ja. Wir haben echt einen guten Draft bis hier in der Geno. Ich könnte einfach Astral gehen oder so. Oder Kyle. Gebt mir einfach Astral. Astral, schon? Ja, dann würde ich aber zwei ADCs spannen wollen, wenn es geht. Ja. Wir können Vayne oder so rausnehmen. Genau. Vayne würde ich rausnehmen. Und spielt ja noch sowas wie Kaiser. Und er spielt auch noch Jynx. Kommt auch rausnehmen. Weiß Jynx gut gegen Asyl? Ne. Muss er die ganze Zeit noch vor... Oh, die Ben... Actually ist Jynx fucking terrible unterlandet bisher, aber... Ich hätte Emil nicht hafen sollen. Wait, hätte Emil nicht picken sollen? Ja, ich meine, wenn wir die... Wenn das unsere picken, dann wahrscheinlich schon. Ich stehe gerade nicht aufgepasst. Also, war es Bannig? Könnten für Jynx gehen, aber Jynx ist jetzt nicht so super scary, ne? Acht Sekunden. Also gehen wir für Jynx. Ja, der spielt sonst nur scheiße. Also, wenn Jynx... Alle Outerleg and the Carries with Braum sind gut. Ja, true. Was haben wir denn noch im Jungle? Jetzt sind wir nicht outdrafted. Release noch. Okay, und was haben wir jetzt auch noch für Optionen? Diana. Diana ist ja sogar noch gut hier, oder? Also, ich meine, die ist im aktuellen Patch anyway ist gut. Habe ich gehalten, die Berg gegen Braum war wahrscheinlich fein. Ja, genau. Ist das nicht das beste Pick? Ist es gegen Gwen? Ist es nicht Gwen, Toplane? Ja, klar ist es ein Toplane, aber... Und die haben Elise auch gebannt. Boah, die hassen dich. Diana-Pick. Die Stream-Snipe. Soll es nicht was sein? Wir brauchen einen AP-Pick, ja? Wir sollten jetzt erst Jungle picken, ne? Ja, auf jeden Fall. Habe ich mal Diana. Mhm. Was ist mit Amumu? Ich bin alt, ne? Du musst früh sagen. Ja, ich glaube, das wird über Diana, deswegen... Und wir könnten Echo gehen. Aber Echo gegen Braum? Ja. Klingt terrible. Jetzt kriegt No Way Yasuo und das Game ist gewonnen. Unser Draft. Ich weiß nicht, dass Echo gegen Braum ist fein. Der kriegt nie so viele Sex auf dich, dass du bis dahin bist. Aber egal. Können wir ihn ja so halt echt vorstellen, ne? Dann können wir ja Giga Easy 1-3-1 spielen und haben auch Teamfight. Teamfight, ja. Wir können einfach beides machen. Also kaum engage bisher. Einfach Windfall gegen Braum und gegen Ash. Shit's crazy. Jo, der Yasuo, den fühl ich auch. No way. Fühlst du ihn auch? Den Yasuo? Ich fühl immer Yasuo, hallo? Nice. Wir dürfen auch verlieren, also deswegen... Das dachte ich mir gerade. Einer von denen hatte Aurelion-Games. Ja, das war der Biotic-Ziel hier. Meinst du, der spielt jetzt Aurelion, bitte? Ja. Gegen No. Alter, der hat mich mal gegriefed mit Aurelion-Support. Ich werde es nicht vergessen. Der wird aber LeBlanc oder Karma. Schon sehr supportive. Das ist ein Yasuo-Engel, wenn ich mal einen gesehen habe. Das ist der Freestyle-Yasuo-Engel. Also, dann Insta-Locke ich. Ja, natürlich. Ja, der Insta-Locke nach 20 Sekunden ist... Ja, ich wusste er. Der Play ist der Play auch ein bisschen schwach, aber... The Deadliest. Weißt du, was wir tun in diese Runde? Ich werde die Karma anehen und sie wird wegflashen. Und ich werde nicht ulten. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du alter Innovator, du. Du alter Innovator, du. Was ist denn mit meinem Headset los? Oh mein Gott, wir können ja die nächste Runde Evelynn first picken. Ich brauche hier Coven-Kamil, wenn du willst. Ich brauche Coven-Evelynn. Die ist so hot. So, jetzt gib mal einen Sound-Header. Okay. Okay. Du kannst nicht sagen, dass sie nicht Omega-Hot ist. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Hentai. Soll ich CP-Misch? Ah, doch, doch. Aber bei Elfid schon. Nicht nein. Ja. Ey, Brücki, was spielen wir für Summoners, by the way? Okay, ich habe jetzt... Ich werde... Ich werde... Ich werde... Ja, ich nehme Heal, Flasher. Okay, dann bleibe ich bei mir knapp. Super Schock, ey. Puh. Coven-Evelynn. Ich google mal. Aber das Flasher ist doch jetzt nicht so geil. What? Na, aber du musst dir den Skin-In-Game anschauen. Das sieht schon ziemlich geil aus. Also von Artwork. Ihr seid also großer Fan von Stockings, ja? Ja. Ahem. 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 Seid ihr an Kopfnimmel darüber zu sprechen? Ah, also wie sind die Match-Ups? Top to Bot. Ah, I don't know. Ist fein, ich gewinne irgendwann. Der Manns-Rubble. Aber der Cleanse. Was cleanst ihr denn? Seine Hook. Ahah! Der hat noch nicht oft gegen mich gespielt. Ich mein... Hm. Ich stehe, jetzt cleanst du mich terrible, no? Ja, ich glaube nicht horrible. Okay, Leute, let's fucking go. Lass uns ein sauberes Game hier gleich mal vorne weg spielen. Warum nicht zwei? Ne, fang mit einem sauberen an und dann reden wir weiter. Ok, dann machen wir auf jeden Fall andere Sellings. Ah, true. Dann... Dann kann ich nochmal ganz kurz... Ah, das ist ja so. Disqualified! Ha! Remake, oder? Bakt. Wir remaken nur, wenn wir Streamern machen dürfen. Can we remake? Ja. Ist das klar, oder? Ja. Nein, oder? Äh, whatever. Ja, ich bin jetzt auch nicht unbedingt... Also... Äh, ist mir eigentlich komplett egal. Das Remake. Ja, komm. Von mir aus kann man remaken. Ist halt ein bisschen Waste of Time, aber gut. Ist wirklich Waste of Time. Ich hatte eigentlich was vor, aber... Ich hab auch noch was vor. Den Aldi-Heldenschmiede, ähm... Spieleabend hab ich heute noch vor. Wo ich Fall Guys spielen werde. Oh yeah! Ja! Geil! Ja, ich musste auch Fall Guys für Razor spielen. Ich mein, Fall Guys ist an sich ein ganz cooles Spiel, aber ich finde halt, dass... Also, denen geht's ja darum, dass sie praktisch den Leuten so ein bisschen interagieren mit denen und denen vielleicht so ein bisschen Plattform geht. Das hast du ja gar nicht bei dem Spiel. Das ist ja null Interaktion. Da wär Among Us oder sowas schon geiler. Das stimmt, ja. Aber ja. Oh mein Gott. Was machen wir jetzt hier, Prime-League-Admin? Hätten wir überhaupt rausgehen dürfen? Der Admin hat noch gar nichts geschrieben. Oh, scheiße. Ja, scheiße auf den. Das hab ich echt gar nicht, aber ich mein... Das war jetzt der Grünkopf-Move von denen, um uns zu diskörlifizieren. Wir sind ja alle von draußen. Stell dir mal vor. Was ist der NNO? Ist schon sehr lustig. Also... Sowas musst du tweeten. Auf Twitter wurden wir grad angetweetet, weil unser Logo so geil ist von jemandem. Mhm. Ja, ich mach das gern. Das Logo ist ein absoluter Banger, Agoren. Das muss ich dir lassen, ne? Da ist wirklich ein absoluter Banger, das Logo. Ah, okay. Lobby ist wieder offen. Ich hab mir ein Büro gegeben dafür, also... Oh, Tolkien hat erstellt. Ne, Moment. Hä, nee. Ich bin hier am Chillen. Hä, wie du bist am Chillen? Der Typ hat dir erstellt und dann ist rausgekommen. Achso. Bin ich ja dann auch, wenn der Inspektor da geht. Yes, 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 yes. Achso, ich muss selbst scheinen, ne? Ach, Mann. Gar kein Service hier. Wenn ich Gronkh wäre, würde ich eingeladen werden. Er ist super lieb, tatsächlich, im richtigen Leben. Ich hab den da einmal kurz getroffen. Glaube ich, ja. Dann hab ich ihn auf Englisch angesprochen. War super awkward. Clever. Dann hat sein Chat ihn darauf hingewiesen, dass ich Deutsch kann und dann hat er mit mir auf Deutsch geredet. War kaum awkward. Wait, du kanntest Gronkh davon? Natürlich kannte ich ihn, aber wir haben am Anfang auf Englisch und dann kam er aus Englisch raus. Aber er kannte dich nicht. Okay, er kannte dann wahrscheinlich auch sehen nicht, ne? Ja, also mich kannte er sowieso nicht, ne. Also mich kannte er sowieso nicht. Ne, wusste gar nicht, wer ich bin. Zu random. Okay. Ich bin halt, ich spiele halt nur League, ich bin ja nicht so groß sonst. Ja, ja, du bist ein kleiner Streamer. Ja, aber Leute wissen von dir. 100 Prozent. Nicer Joke-Algoin, hab ich gefühlt. Ja, der war gut, ich hör wieder auf. Hab ich gefühlt, hab ich gefühlt. Mhm. Wir werden ihn nicht wiederholen. Okay. Ist besser, als ob du nicht gehört hast. Garnovis Editor dann einfach rauskappen. Oh shit, ja. Junge, in diesem Scheiß-Tweet sind so viele Rechtschattfehler von diesem Typen drin. Kann der nicht einfach sich Mühe geben bei CopyPastas? Was? Mach mal. In welchen, in welchen... Na, da hab ich grad in TeamSpeak geschrieben hab. Ich find das ziemlich lustig. Jora. Ist mir ein Tweet wert. Ja, ja, die Curry von Enno ist ein Krimineller. Warum dürfen solche Leute... Ist sie kein Tweet wert, dann ist sie einer. Ist mir einer wert, ja. Ja, mach den. Los. Ich hab's in meinem Chat gepostet, die lachen alle. Oh mein Gott. Wait, wie in deinem Chat gepostet? Ja, ich chatte grad in meinem Chat-Chat. Was soll ich nehmen? Achso, okay. Ich dachte ich schon, du streamst. Hm, ich bin jetzt einfach was anderes. Warte, was hab ich gebannt? Ah, Jinx. Wir haben jetzt noch Vayne und Jinx auf der 4 und 5. Yes, yes. Yes, Queen. Äh, Diana. Picke ich jetzt schon mal für mich, ja, ne? Ja. Ja, jeder pickt einfach für sich, würd ich sagen. Ich glaub, die nehmen sogar die richtige Reihenfolge, hm? Ja, I mean niggas. Aber jetzt werden die realisieren, okay, wir machen uns die Mühe nicht. Ja, das ist auch ein bisschen Time-Waste, ja, hm? Der soll mit Cleanser ankommen, dann haben wir ein Problem. Also der. Aber ich dachte mir noch mal mit. Guck mal, dass mein Jungler in China, äh, Ignite statt Smite mitgenommen hat. Also die durften das Game nicht remaken und die haben das gespielt. Und dann hat der einen Monat lang keinen Gehalt bekommen. Boah. Ja, ja, das war crazy. Ja. Ähm, haben wir gebannt Vayne, ne? Das ist so ein krasser Nachteil, kein Smite zu haben, ne? Tatsächlich waren die Minute 30 even. Und dann haben sie erst Teamfights verloren. Wie ist das möglich? Hat er keine XP bekommen? Ne, die haben einfach Level 1 invaded, sodass beide Jungler nicht farmen. Oh, warte, ich bin noch mal ganz kurz Toilette. Ich bin gleich da, ne? Ich cap' da noch. Okay, einfach keiner von beiden farmt, dann ist Fein. Ja, der hat den einfach abgehalten. Wenn du jetzt die falsche Ruhe, ansonsten, äh, Klein-Bug. Würdest du hier Tanasia oder Alacriti gehen? Na, ich hab auch gedacht, ob ich einfach, äh, keinen Flinching nehmen soll. Aber ich nehm's trotzdem. Für dich, actually, ist es nicht keiner fein, wenn du keine Tanasia hast. Wenn, ich spiel einfach nicht in Bot. Ha, 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 bot lane. Nach deinem Gage ist der Pulver eh verschossen, dann muss ich den Auto decken. Karma machen ja nichts gegen mich auch. Anyways. Ja, actually, ich bin mit X3. Was würde man hier bauen? Ich weiß gar nicht, was bauen wir auf dir, ne? Protobald fasst Item immer mit Yasuo, immer. Echt? Kein Nashas, ja. Und du bist auch der einzige Gage, der Protobald ist turbo-nice. Ah, dann Nashas second, oder? Ja, die meisten gegen, die meisten gegen, glaub ich, Protobald Sonyas. Mit Yasuo, genau. Weil du bist ja digit, dein Burst ist immer da und der kommt immer durch wegen Yasuo. Ja, okay. Ähm, soll ich dieses Game Mikails bauen? Eigentlich haben wir die Windwall gegen den Arrow, oder? Aber schlechter ist wahrscheinlich trotzdem nicht. Was würdest du denn sonst bauen? Naja, Lockett. Ah, Lockett ist nicht schlecht, oder? Aber, naja, Mikails rushen, glaub ich, lohnt sich nicht. Ich gehe Lockett zu Mikails. Ja, das darf ich auch sagen, ja. Okay, ja. Was ist denn mit Anathemas? Du kannst die ersten drei, vier Kills haben. Ja, wenn jetzt, wenn jetzt jemand von denen kommt, aber Anathemas rusht man auf Thresh nicht. Das geht man, wenn dann immer nach Lockett. Ah, okay. Alright. Nein. Aber wenn jetzt die Gwendo komplett 8-0 aus Lane geht, dann würde ich es vielleicht sogar rushen. Aber das sollte irgendwie nicht passieren. Das ist eigentlich der Jungler dieses Game, I think. Der spielt normalerweise Ignite Graves. Ah, ich spiele Exhaust die Zone. Ja, der hat jetzt geswapft. Der hat nicht super used, Exhaust ging da. Also Diana ja so. Da, ich bin aktiv. Aber, aber hätte der, hätte der wechseln dürfen? Nee. Ich glaube nämlich auch. Ich glaube nämlich auch. Der hat der, der hat der Flash. Der hatte gerade keinen Exhaust dabei. Naja, er hat gewechselt. Sollen wir ihn drauf? Really? Das ist äh. Das sollte man schon was. Also. Nee, schreib schon mal. Das ist nicht in Ordnung. Was? Ach, weiß ich jetzt nicht. Ist nicht gerade Flash? Hat der, aber seid ihr sicher? Ja. Ja, ja. 95 Prozent. Ja, ich will mir Raum für Fehler lassen. Aha. Im Endeffekt ist das auch egal. Aber das ist halt nicht die feine Art, dass wir ihn, ey. Wir kommen ihnen entgegen. Lassen sie das Remaken. Ja. Und dann ändern die den Sum vom, vom Graves. Alter. Nachdem sie unsere Sum angeguckt haben. Das ist also wirklich nicht die feine Art, eh. Aber es ist, ja, das ist echt weird. Ah, es ist gut. Es ist ein Viertel nach und. Ja, das ist echt weird. Ja, es geht ab. Wir remaken gleich nochmal. Wir haben ja den ganzen Abend frei, Leute. Das ist klasse. Ich hab nicht so viel Platz auf meiner, auf meiner Festplatte. Ja, das ist echt so. Ich will gar nicht wissen, was das zieht, ey. Ich hab mir neulich. Ich hab mir neulich das VUD von meinem 24 Stunden Stream runtergeladen. Das hat auch den halben Tag gedauert. Ja, wir hatten Summoner-Bug. Aber ich dachte nur bei Ash. Hm. Alter, ja. Die haben für Ash angefragt, aber ich... Na ja. Ja, whatever. Ich seh uns jetzt auch nicht auf noch nem Remake. Das Ding ist, das Ding ist auch jedes Mal, kann er einfach sagen, hat gebugt. Ja, Tolkien, hast du das nicht neulich sogar noch erzählt, die Story im Sinne? Ja, ja, das haben immer alle gemacht. Kannst legit machen, was du willst und dann sagst du mal bug und fertig. Ja, dann whatever. Ich hab jetzt auch keine Lust noch. Was? 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 Was einfach spielen. Ist ja jetzt nicht so zu dem Millionen gehen. Okay, watch einfach go. Aber Double Exhaust fickt uns schon hart. Ja, das ist richtig gut gegen uns Double Exhaust. Ja, das sag ich mir auch. Im 2v2 ist auch richtig, richtig stark gegen Diana Yasuo halt. Aber mein Gott, wenn sie es brauchen. Wir nehmen die trotzdem hauptsächlich. Let's go, Leute. Let's go! Wer hätte einfach hier Slash-Unpause, Junge. Der Dappen macht das, ne? Nicht? Biotic sind das jetzt gemacht. Biotic ist einfach der Admin. Geil. Biotic halt durch. Perfekt. Gehen wir für den Ward? Ja, oder? Die haben Braum. Also die könnten euch da hauptschen. Ja, pass auf, dass die uns Early nicht schießen. Also gehen wir nicht dafür. Also du kannst halt direkt Ward und Instant weglaufen. Dann wirst du nicht gecheckt. Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Außer du bist jetzt schon zu spät. Ne, eigentlich bin ich in Instant losgelaufen. Ja, dann los, 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 los. Ich glaube zu. Scheiße, meine Maus ist wahrscheinlich... Ah! Flasht, okay. Ah! Aber das Wort steht, Jungs! Ich will ja nichts sagen! Wollen wir topside was machen? Die haben keinen Flash of Graves. Ähm, die haben Exhausted Graves. Können er das nicht machen. Oh mein Gott! Diese Pissnaken! Die können doch nichts machen, oder? Wir haben... Hast du dir mal keine Flashes? Aber sie haben den Ward nicht ge... Oh, die haben da auch reingewordnet. Ah, das ist ein Filter, dass sie den Ward nicht geclared haben. Also für sie. Haben die geflasht mit irgendjemand? Irgendwas benutzt? Ja, Grace hat geflasht. Ich würde tatsächlich einfach mal so anfangen, damit die nicht wissen, wo ich bin. Ah, du bist ja richtiger Witzboid, Karni. Ja! Richtiger kleiner... Oder ist das für euch komplett irrelevant. Was ist denn nochmal? Wann brauchst du Priority? Ähm, wenn wir nicht leaschen haben, war Prior. Naja, ich weiß nicht. Wir haben keinen Flash mehr auf unserem Support. Der hat schon wieder gegrieft. Bist du dritte Minute? Ja, trotzdem ranged, oder nicht? Ja, ja, schon. Aber ich mein bloß, wenn der Grace irgendwie Cheese-Scheiße macht. Also lass den Ward gleich sweepen, ne? Das Ding ist... Ja. Aber die Leaden werden wir aber auch nicht. God bless. Just saying. Das könnte dieser Ströse enden. Für die 20 Gold bin ich fast gestorben. Okay. Sie ist in Land-Top. Hat wohl nicht gelischt. Ja, Bodden hat gelischt. Die haben Mana und AP verloren. Sieht danach aus. Botanio! Hat der mir gerade bei dir off-stream gesuppt, oder wie? Das hat sich nur noch angehört. Ich warte immer noch drauf, bis jemand in 40 Minuten realisiert, dass er die ganze Zeit on-stream ist. Meinst du, wie ich jetzt gerade? Ne, das ist einfach nur, was Yasuo sagt. Achso. Oh. Wusste ich gar nicht. Was ist denn? Das wäre ein Sub-Name. Das sagt er bestimmt nicht. Sagt er nicht Bataillon? Das ist irgendwie so wie Atalio oder so. Bataillon. Bataillon. Ich glaube Bataillon sagt er nicht. Warum nicht. Was heißt das überhaupt? Bataillon. Hat nicht denselben Ring. Das ist gar nicht so gut. Das ist ein bisschen early. Echt widerlicher. Oh no. Ich bin actually dead. Wait, die haben beide. Aber das ist- Wait, du hast das, oder? Die haben beide keinen Flash. Let's go. Oh, my god guys. Oh, schade. Ich hätte halt beide haben können. Nein, ich habe ihn nicht. Ja, ich hätte, ich hätte, ich hätte zu uns flayen sollen. Ja, das wahrscheinlich schon. Ich hab das nicht damit gerechnet, dass du so reinknattest. Warten beide keine Sums? Hier für die Kabuk, ja? Warte, Mitte. Wann hat die Kammer geflasht? Gerade mit mir. Echt, das wird ein bisschen risky. Auf jeden Fall keine Pryo. Ich hab den komplett gehopst. Okay, nice. Wer moved jetzt? Die Kammer kann komplett low ohne irgendwas move. Ich hab seinen Blue gesmited. Oh mein goodness. Gehst du Base? Ja, aber er kriegt halt die Krabbe, oder? Ja, aber dann ist nicht Wolf. Nicht die Krabbe! Actually, er gibt die ab. Braum ist auch mit land. Hat einen Loser. Aber ich komm auch. Warte, Freddy ist nicht. Wollen wir das spielen? Ich steh auf ne Board. Ich steh auf ne Board. Ich komm nicht ran. Kannst du mir die Krabbe gleich removen? Klar. Braum ist bei mir. Der hat keinen Flash, ne? Darf der das? Wenn du... Oh, ne. Der Mitlaner hat tatsächlich auch TP noch ab, ne? Der hat bloß keinen Flash. Selber cooldown wie meiner. Ja, ich hab getimt. Also grob. Alle haben Gaben ohne Gewehr. Ich hab mich so Contestant gefangen, glaub ich. Der war auch schon. Wir sind sehr weit ahead im Jungle jetzt. Ich kann jetzt nach oben Fulch. Ja, Boardline muss sein. Die Top hat keine Gnade mehr. Mit Schupp die Beine. Der Racer hat das gemacht, ist Fulch wahrscheinlich Base gegangen. Oder der hat die Golems genommen. Aber ich glaub, der hätte dich gekillt, wenn der die Golems genommen hatte. Also Bro, okay. Ich würde jetzt gerne auf Max Range stehen, weil ich sterbe halt jedes Mal, wenn ich das trifft. Nein, weil du heute in der Regen Pussy bist. Okay. Ein kompletten Zuckerschock gerade. Holy shit. Ich hab nicht so viel Torte gegessen. Oh, ich hab geentert. No. In the way, fuck. Wie schlimm? Ich hab meine Wall gewährleistet. Wollte ich nicht, wollte ich nicht. Ich bin nur auf dem Setup nicht so weit. Oh Gott. Ey, der Graf ist Badway hier, ne? Ey, Bot, Bot moved in River. Bot moved in River. Weil ich 6 bin, ist die immer 3, by the way. Ja, ja, ja. Ah. Botlane moved in der Block. Meinst du auch schon ohne, dass ich Ult hab? Oder willst du doch keinen Ritwarten? Botlane ist Midlane, ne? Ich hab jetzt 6. Ne, noch nicht. Eine Wave noch. Wir haben nämlich Golder. Ja, ja. Ich mein, ich hab jetzt beide Summs. Sollen wir die einfach ranflashen? Bot wieder Bot? Ne. Ich will eigentlich super gerne den Graves. Ne. Wo willst du fighten? Wir werden gleich gleich wieder für was gucken. Grump. Das ist spannend. Also Botlane ist gerade piss-free. Also wirklich. Die haben beide keinen Flash. Und ich hab Flash. Ich hab top den Fighten. Ich hab das Keper schon. Ich hab das gleich. Ich geh jetzt hier hin und snack mir seine Grump weg. Genau wie den Blue. Und dann krieg ich den. Warte. Haben wir gesehen, wo der Graves hin ist? Hier, hier. Topseite ist er gelaufen. Actually, er ist schon fertig. Wollen wir top-diven? Ah, dammit. Graves ist hier wahrscheinlich in dem Busch. Dann geh ich auf Any Food. Da ist das hier. Ich kann move, aber ich bin ziemlich lau. Ich geh den an. Ich geh den an. Ich hab Boots. Ich hab Passive-Shit. Ich bin schon exhausted. Nice Guardian-Gun. Wer move bedeutet jetzt Vorsicht, ne? Vorsicht, die Karma kann jetzt auch move'n für eine. Ja. Hier raus, eins auch. Kannst du mir den Wart? Ich krieg Level 6. Ja, warte. Ich luk' das Any Food. Dann kann ich weiter. Die Karma immer noch nicht. Die ist aber Topseite raus. Also die kann eigentlich nicht. Die decken wir das aber ab. Ich hab' nicht Sex geworden. Oh, shit. Ich würd' jetzt gerne meine Ult irgendwo benutzen. Kannst du noch Top-Den töten, wenn du willst. Bei Ult und Desktop. Top-Den? Bot-Den TP. Oder wenn du Mit-Den geh willst du auch rein? Nee, Mitte ist Bot-Den, Mitte ist Bot-Den. Nice Job. Karma hat Bot-TP'd. Ja. Hat die einen Bot hier? Ich glaube nicht. Das ist super gut, wenn ihr rauskommt. Witzig. Richtig, fang gut. Good Job. Good Job, guys. Keep it up. Das du da nicht ultest, du greedy boy. Ich dachte, das ist nicht nötig. Ja, ja. Ich will irgendwo ulten, guys. Ja, lassen wir nicht ulten. Aber ich muss glaube ich n'gälen, sonst werden die weggerannt. Der Graves nimmt wahrscheinlich die Bot-Krabbe. Oder den Red oder den Dragon. Ja, ich renne da mit meinen Super rein. Unten kommt gleich ne Wave rein. Die Karma muft Richtung Bot-Seite gerade. Können wir auch ne Wave-Stacken und dann zusammen durchpushen mit Argrin einmal? Ja, können wir. Ja, können wir. Ihr habt doch deine Leute, ihr habt doch deine Leute. Ja, ja, gleich. Ich klär den Wort und komm dann mit Blast-Krone zum Blue. Wait. Nein, die sind vielleicht am Drag. Aber können wir Drag nicht contesten? Hier ist irgendwas gewesen, oder? Okay. Ja, ja, ja. Okay, die haben einen Crap-Gamer. Okay, Freddy, wollen wir einfach den Red contesten? Also, wir können glaube ich alles machen, oder? Ja, wenn du jetzt zunächst kommst. Ich würd gleich Basen gerne einmal, ja. Die haben wieder Sums, ne? Die haben wieder Sums. Sowohl der in Bot-Lane als auch der in Mid-Lane. Ich hab keinen Flash. Wir können vielleicht auf die Karma turnen. Auf die Karma hier. Versteck mich hier und dann eh ulte ich die, okay? Die hat jetzt wieder Flash, ne? Ja, die hat wieder Flash. Ah, die traut sich nicht. Ah, ich wurde vom Hotshot. Man kann mit dem Moven, aber... Ist ja auch wahrscheinlich. Jut. Ich werde keine Moven, wo ihr gerade hin. Hat sie sicher, dass sie Flash hat? Ja, ja. Ja, ja, der ist wieder ab. Ja, genau mit mir. Die hat auch Inspiration, also wahrscheinlich. Warum hat sie dann nicht geflasht? Habt ihr mich als sehr niedrige Lautstärke, oder? Ja. Ich hör dich, Bröki. Ich komm, Bröki. Ich hör dich, ja, Bröki. Schafft ihr das jetzt alleine, oder? Ich kann mal haben. Ich würde gerne gecovert werden, so. Wir sind eigentlich schon ziemlich stark, aber... Ja, wir sind Bot-Lane. Ich hab 2k. Ja. Ich hab jetzt angefangen, dass ich Bot-Lane komm. Ich glaub, die werden dir das überlassen. Hammer geht Base. Ich weiß nicht, warum die da nicht geflasht sind. Aber wir müssen auffassen, ich hab keinen Flash und die haben Arrow. Na ja. Ja. Wird so Base gehen. Jetzt hier First Plating. Ja. Ah, das fühlt sich immer so gut an, ja. Ah, ich hab meinen Vision Ping nicht geblindet. Fuck. Wenn du gegen die Champions wie Karma spielst... Oh, da ist eine Aerie hier oben. Da ist ja Graves geschildert. Sorry. Ein Very Strong. Die liegt da einfach tot rum. Yo, ich würd echt gern für den Early-Drake gehen. Ich mein, ich weiß nicht, wir sind so viel stärker auf, als Bot-Lane. Ich würd das auch nicht traden. Okay, gut. Ich bin auf jeden Fall schwächer als Top. Wir sollten einfach Tolkien noch einen Kill geben, oder? Wenns irgendwie geht. Ich glaube, die Ignite wieder zu 40. Aber wenn ich jetzt fight, dann würd sie mich immer unfahren können. Mit Ult und die Ignite. Braum missing. Braum missing. Ich hab ja gerade auch meinen Flash gewusst. Ist auch nicht so gut. Jemand hat das hier ausgelöst. Ich könnte es vielleicht top da. Karma ist missing, actually. Braum auch, braum auch. Karma ist wieder da. Ist hier. Topside-Brush. Ich hörst du den noch, oder nicht? Oder jetzt nicht? Ich würd's... Wollen wir nicht... Ich glaub nicht, dass es gut ist. Die kommen alle. Pass auf. Ich glaub nicht, dass es gut ist. Die kommen alle. Pass auf. Oh mein Gott. Das war nicht, was ich machen wollte. Oh shit. Kommst du raus? Du musst hinter den Minions bleiben, oder? Ja, aber da komm ich auch nicht von ihm weg. Ja, das war mein Bad. Ich wollte Kuhn und dann über die Wand flashen. Hab's nicht geschafft. Ich glaub, an sich ist das schon okay, der Player. Trotzdem fein. Du bist jetzt sehr stark. Du bist jetzt sehr stark. Ja, mein Ding ist gut, ja. Wenn der nicht Mitte irgendwie den ganzen Töten nehmen kann, ist alles gut. Was für Samzamen die Grakios? Braum flash, Karma flash, oder? Ja. Und Exhaust, oder? Ich bin direkt den Dragon rushen. Exhaust auch. Ich glaub, wie's wartet jetzt ab. Lantern, wenn jemand haben will. Ja, ich nicht. Okay, aber dann auch nicht. Sorry, ich hab's nicht hingeschaut. Vorsicht oben gerade, wir haben null Vision. Ich bin fein, ich bin fein. Irgendwann, der ist mit. Wenn der Vision um die Mitte rum geht, kann ich richtig aggressiv spielen. Ah, ich hab noch keinen Side-Stone. Die wissen, dass wir Drake machen. Ja, also Leute, der Graves ist super spät Resent gegangen. Ich glaub, der sollte, oh Krabber sagt, der sollte einfach top in Harapish wahren. Die wollen verstirrt haben. Nice. Weiß ich auf Boardfamil, Max. Ich hab ein guter Top-Side Vision. Wir sind noch ab Thorn-Up. Ich glaub, die machen genau das, was Tolkien gesagt hat, ja. Ne, die werden einfach Hyrule Top-Denched. One, safe. Genau, genau. Braum ein bisschen auf Board. Dann haben wir Base-Skin, why not? Okay, die auch einfach oder nicht, wenn ich da bin. Ja, auf jeden Fall. Wir geben 2v2 immer. Was passiert, wenn ich die Karma einfach unflashflay'e? Dann ist sie tot. Das klingt auch nach einem Deal. Ja, ich kann mal dafür. Ja. Gwenn hat, Gwenn hat Smith right now. Gwenn könnte maybe an der Cover sein, weil wir das... Okay, ne. Ist ich wieder da. Da gibt die Boarded. Tribals oder Krux. Na gut, aber der steht halt leider sehr weit in Möppen. Wenn die so passive Schuhe lieber rotieren, Vision holen. Mhm. Oh, Arrow war Top-Den? Oh, jetzt maybe? Arrow Top-Den. Arrow war Top-Den, ja. Ungefähr von, also wird Board-Den gelaufen sein. Schöne Möte. Schöne Möte. Oh, shit. Ich muss aufpassen, dass die nicht Graves snapped. Du musst aufpassen, dass die nicht Graves snapped oder so. Ich könnte sich hochrotieren, da seid ihr voll. Gut. Also, I've been grateful, by the way. Der ist so gut gewesen. Weißt du, wo ungefähr? Er hat halt die... Achso, er hat grad die Gromp genommen, Frisch. Oh, ich geschielt, ich geschielt. Ist Raum noch Mitte, oder? Raum... Ich gerein, ich gerein. Du siehst ihn? Ja, 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 ja. Falls er reinfiegt... Oh! Oh, so predicted. Good job. Aber so predicted hat es nicht ganz gereicht, leider. Mit der KTP ist raus. Pretty sure. Aber ich hab's nicht getankt. Also hab ich Krab nehmen. Brücke, bist du noch fein? Ich bin gemacht, fein, ja, ja. Ich hab's nicht getankt, aber sollte nicht ab sein. Guck hinter dich. Jo. Aber wahrscheinlich kann der Graves jetzt auch grad Midland sein, oder? Graves ist tot. Graves ist tot. Ich hab keine Gold für 25. Ich hab ihn in der Bordname, by the way. Aber ich kann nur zwei Sekunden tippen. Ist nicht gut. Nee, aber die steht echt nur in Mappen. Dann komm ich kurz und... Wenn du jetzt auf dem Bounce, dann komm ich kurz und... Damit ich endlich... Ich bin wirklich tot. Also, ich bin wirklich tot. Naja, du bist, du bist tot. Ich nehm noch die Gold. Die Gold ist dann hab ich mein Sonjas. Wenn du so... Wenn du so fett bist, kannst du vielleicht noch nicht so nirgends gehen, Adolo. Aber ist wahrscheinlich trotzdem gut. Naja, es ist die First. Shutdown sichern. Oh, ich kann Botnay? Mhmm. Die werden top für den Trollen spielen. Oh, ich bin top für den Trollen spielen. Wenn ich brauche den Trollen spielen. Der hat noch Flash da. Der hat noch Flash. Okay. Schön. Eigentlich sollt ihr jetzt resetten, wenn ihr Gold habt. Und dann will ich stay botnein dann. Also, wenn ihr Gold habt. Wenn ihr auch resetten, wenn ihr nicht resetten müsst, dann... Ich hab keinen krassen Reset, aber ich kann trotzdem gehen. Die sind bei dir. Die sind bei dir. Die wollen Algo hinbleiben. Wenn du kannst, geh einfach raus. Wenn du kannst, geh einfach raus. Ich würde nochmal auf die Karma spielen. Ah, die sind nicht daheim, oder? Komm jetzt hier nach oben? Ich komm nach unten gehen, ne? Oh, mein Gott! Du sexuell! Was ist das für ein illegaler Move? Die Kam hat noch keinen Flash. Die Kam hat noch keinen Flash. Die Kam hat noch keinen Flash. Was ist das? Ja, kill die einfach, oder? Ja, die wird executen, ne? Oh nein! Ich bin falsch gelaufen. Kani! Ja! Bringst du dein Move noch? Nee. Nee, nee, nee. Kani jetzt gehen. Das ist ganz okay. Nein, Spaß. Die ist hier im Blue-Buff. Dann move ich, dann? Okay. Hey, wir finden das. Was ist das? Ja, ich bin noch am Schluss. Braum hat Flash. Ja, okay. Okay. Holy shit. Am Closing in, closing in. Ich hab noch einen Lenswert aus der Base, Leute. Ihr könnt nicht die Kamer abschließen. Okay. Echt irgendwo hier? Let's go! Let's go! Dieser NNO Donnoway. Wow! Donnoway und NNO! Wow, wow! Kanani! 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 Oh fuck, so close. Sonny, Sonny, laupe ihn drauf, laupe ihn drauf, bitte. Laupe ihn drauf. Perfekt, reicht. Ich. Sollen wir weiter klären? Noch um, ja, oder? Wahrscheinlich ganz zu ruhig gespielt. Wir haben alle Lanes, sind so gut. Bloodthirt ist eigentlich gespielt, den hole ich gleich. Schaut euch. Bruggi ist fucking 40 CS ahead und land alleine. So, what? Ja. Der Fall wird auch fallen. Mega nice. Wirst du mit, oder bist du unsicher? Äh, ich würde nicht gegen Ven lennen. Ja, dann geh ich. Eine Minute auf Drake. Lass immer die Raptoren, Agri, ne? Schwa, schwa, schwa. Drake ist in einer. Wenn ich schon, vielleicht sollen wir auf Dragons spielen. Ja, sollten ja. Du 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 du. Wenn ich jetzt resetten war, bin ich nicht mehr aufzuhalten. Für die. Lass den gewinnen. Lass den gewinnen. Lass den gewinnen, ja. Die wollen für Drake vielleicht spielen. Wir sollten resetten nach der Wave, ja. Nach der Wave, ja. Ja, du und ich sollten beide resetten nach der Wave. 35 Sekunden, ja, die sweaten jetzt schon für den Drake. Die können auf mich rotieren, denk schon. Ne, die kommen, die kommen. Die kommen, die kommen. Die kommen alle für dich unten, ja. Ja, ich würd einfach... Lass auf die hier collapseen. Ja, okay, okay. Wir nehmen Mitte Tower, Harrod. Lass auf die hier collapseen nicht. Top Tower. Ey, ich kann den Lantern geben, wenn du ein bisschen versuchst. Warte mal, ich safe ihn, ich safe ihn. Weil, wenn ich hier auf die einfach collapseen kann. Ja, wir sind halt unter 2. Ich hab nicht, dass wir das riskieren müssen, wir kriegen so viel dafür, weißt du? Okay, jetzt wollen sie meine Eier. Aber wenn sie anfangen über die Map zu Deathball, dann nehmen wir das. Und weh, also wenn es nur 2 sind, fighten wir. Ja, ja, grüß dich. Hätte, hätte, hätte. Ich, ich, ich kann den Recall stoppen. Die öffnen einfach ihr Game. Der teuerste Drake der Welt. Der fucking teuerste Drake der Welt. Die öffnen einfach. Die öffnen einfach. Darf man Open in Allchat schreiben, oder? Nein. Die sind immer noch hier, ne? Ne, lass sie ruhig. Okay. Ich, 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 ich würd basen. Ich bin der rechste Mann der Welt. Ich hab grad einfach 5.000 Gold gekriegt, ja. The fuck is this? Wollt ihr nicht? Wir haben gerade in 30 Sekunden 5 Türme genommen, by the way. 5 Türme. Ja. Ein Bot-Turm und 2 mit, 2 Top-Türme. Das ist crazy. Ja, ich bin 2 Atems. Oh, das is gonna be good, guys. Kann man trotzdem noch fighten? Wir können so gern mitspielen. Ja, wir können einfach Harald und probieren zu enden, oder so. Find ich gut. Ich bitte nicht, ja, nicht der Agorin Endcall. Aber haben wir jemals ein Game nicht gewonnen mit dem Endcall? Doch, eins, eins. Ja, mehrere. Ich erinnere mich nicht dran, also zählt's nicht. Ach so. Ich bin kein Matta, außer wir haben auf jedem Jam 2 Items und wir auf jedem Jam 1. Ich glaub, wir gewinnen. Ich würde sagen, wir sollten den Bot-Lin to Karin. Und nicht den Top-Lin. Aber Freddy ist der Top-Lin. Das heißt, wir müssen Top-Rotieren, basically. No? Nein, ich will kein TP. No way is fine, won't we want. Aber Grey is probably on the top side. Dann rein da. Grey is gleich bei dir, no way. Das ist God of Gromp. So gut. Ich kill die beide, wenn er kommt. Das ist so schwer. Ja, die können nix für mich an, ne? Die denkt doch jetzt. Ich weiß nicht, was die denkt, aber die lässt sich bestimmt durchhucken. Ja. Aber den Braum kill ich nicht auch. Können wir die Diven? Ja, ja. Können wir, können wir, können wir. Warte auf mich noch. Ich werde Exhaustet. Ich bin actually bad, ja. Ich muss Agro resetten. Ich könnte ja hier zwei unten nehmen. Aber die Nests auch schon texten können, den killen, ne? Ja. Oh, wir könnten den Harald für Nesh aufsparen und dann einfach beides gleichzeitig setzen für den ultimativen Push. Oh, ja, lasst für Dancing Harald gehen, wenn wir damit finishen. Ja. Gerne, ja. Okay, dann lass ich jetzt erstmal chillen. Lass die Caps klauen. Nehmt alle Caps und dann chillen wir bis Nash und dann machen wir Nash und dann zwischen wir mit Nash und Chilly. Oh, Lucky Lucky? Ich weiß halt, mir ist gerade legit langweilig. Ich weiß nicht, was machen wir. Ja, Sam. Nichts ab, Grob ist auch weg. Ja. Aber lass doch jetzt, also nicht, dass wir schlechte Habits fürs nächste Game kommen, ne? Also. Ah, als ob NNO schon einmal das zweite Game geworfen hätte. Das würde uns nie passieren. Noch nie. Hast du ein Leiter mit dein Leiter mit dein für Argoin? Der geht leider immer weiter rein und statt raus. Oh mein Gott, die sind fast alle tot. Macht irgendwas. Ja, wenn ich die Gneite mit Lester. Ich habe leider nicht sehr viel Schaden gemacht. Das war richtig boring. Schade. Man nennt mich auch das Taxi. Ah, whatever. Was ist das Taxi? Weil ich immer texte. Ja, komm, ich setze Harald. Das ist mir zu. Ja, dann presche ich mit den. Er braucht den Nächsten. Ihr seid mit den Fein. Ihr seid mit den Fein. Wir haben nicht einmal Yasuo Diana benutzt. Ja, müssen wir auch nicht irgendwie. Müssen wir nicht. Schade. Die Komohieren wir uns fürs nächste Game auf. Ich glaube, ich habe einfach 0 Damage gemacht in dieses Game. Hast du noch eine E-Brücke? Ja. Ist da jetzt eine Diana-Com oder was ist das? Hast du UL? Nee, ich habe keine UL. Hook in 2 erst wieder. Ah, ich habe Shotgun abgeben. Ah, fucking. Okay, jeder für sich. Wait, was macht er denn? Oh, nice. Nice. Oh, ich kenne die, glaube ich, hier killen. Drei Sekunden. Das glaube ich aber auch, dass wir die killen können. Kamer zuerst, oder? Ja. Nein, ich kenne da, wenn ich kann. Ich habe keinen Mana mehr. All you guys? Nein. Nein. Wenn alle sterben. What the fuck? Ich habe so wenig Schaden. Oh, kann niemand zu mich? Nein, die werden wir nicht mehr schlagen. Nein, die werden wir nicht mehr schlagen. Nein, ich bin aber nicht mehr schlagen. Nein, ich bin aber nicht mehr schlagen. Nein, du schaffst es nicht. Ja, du schaffst es nicht. Ich werde einfach Bot in den Bleist und Schmücken. Wenn die Mitte nicht faltet. War ich einen Punkt genommen. Reicht auch raus. Ja, aber ich... Ich werde vielleicht kein Spiel. Ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber... Ja, der Grip ist eigentlich sehr, sehr fett jetzt, ne? Ja, ja, ja. Wenn der Bleist hat, der Zweite in Zweieinhalb. Ja, dein Combo ist generell nicht schlecht. Schwert der in Teamfight. Ach, ja. Aber wir sind schlecht. Wir können lösen Varianten zunächst. Broegi, willst du denn Red? Kannst du nehmen, wenn du willst. Ich bin nicht da. Nee, ich dachte, das ist besser auf dir, oder? Ist er, ja. Ja, nehm, nehm, nehm. Ja, wieso willst du ihn noch nicht? Weil ich jetzt nicht da bin, ne? Ja, schon passiv, Broegi. Ne, wir müssen ja ein bisschen Gas geben hier. Wieso müssen wir Gas geben? Weil ich... Ich bin gerade schon ein bisschen Gas geben. Ich gehe nach den Games essen. Oh, nein. Was machst du nach dem Games? Essen gehen. Hast du ein Date? Was isst ihr denn? Mit Kevin Westfall, ja. Oh! Sexy Boy! Wollen wir einfach anfangen, ja, oder? Ich push mit mir nach ihm raus. Die müssen ja eigentlich erst alle... Also, die müssen ja jetzt einmal basen, ne? Abort den Pressure. Die haben ja auf jeden Fall Inquivision. Also... Hat da jemand einen Pink für da? Hat jemand einen Pink? Nee. Ich hab einen Pink, oder? Doch, klar. Nee, ich hab keinen Pink. Macht jetzt nicht so viel Direkt... Ich hab noch ein zweites. Der war Worte-Engage. Okay, nice. Sie hatten kein Wort. Aber jetzt haben wir keine Vision Mame-River. Aber ich wäre ja ready für Ult. Ich hab noch keinen Nika jetzt. Wenn wir hier rein wollen, einfach so... Wenn du gut Engage siehst, dann... Oh! Oh! Ich glaub, das war ein guter Engage. Hinter? Oh! Hot TP? Spot End? Ich hab grade reinzupeat. Oh! Beautiful! Das ist eigentlich so sexy! Oh, das macht so Spaß, diese Kombone! Das ist so Bullshit! Fing ich... Nächstes Game wird safe, was davon gewandt sein. Hm... Na... Ich... Du kannst das schon besser halt... Der Draft ist halt terrible dagegen, brauche ich einfach. Ja, glaub ich auch. Yo! Oh! Ja stimmt, die haben nur Immobile Carries. Wir haben das jetzt nicht so gut ausgenutzt, ne? Aber... Ja... Der braucht ihn halt nicht so. Das ist so süß! Wie einfach alles platzt, ey! Und das schönste, das kann ich mir jetzt gleich nochmal anschauen, ey! Oh ja, stimmt! Uh, das hat... Actually, das hab ich vermisst. Ja! Das ist actually... Oh, wir wollen wir warten noch gehen? Kills? Gibt's ein KDA-Board irgendwo? Hook in 8. Okay. Oh, wer finisht da? Wait, war ich's? Broecki war's. Nee, die Minions. Minions. In G. So, und jetzt kann ich aber die Aufnahmen erstmal stoppen, ne? Wenn du, ja? Wenn du unseren Band nochmal passen willst. Dann hab ich zwei Handliche, äh, so, so. Dann kann ich die vielleicht mit V-Transfer verschicken. True. Dass man mit W und E schreibt. Hey, yo, Leute! War das erste Game! Lass doch mal ein Abo da! Und, äh, wir sehen uns im zweiten Game! Pum, pum! Das, was Broecki sagt! Danke, Broecki, warte, ich gucke mich rum. Wenn wir wirklich Это, wenn wir, quitte Lockers- und Abuserinnen geben KuiX und Pokemon Ich bin ziemlich ambulant gewesen. Vielen Dank.